so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die golden sky twister von evo fireworks ja 361 gramm nem hammer hier die hat mit der salut power gut geredet danke an dich du schwän gekauft wurde die beim mega feuerwerksverkauf für etwas über 20 euro wir haben wieder goldene wirbel heute ihr kennt mich premium mit goldenen korolla weiden und rot blinkern war das glaube ich und das verspricht einfach nur geil zu werden deswegen jetzt raus und wir zünden das ding so hör mal zu golden sky twister ja du enttäuscht mich jetzt nicht so die ist gut eingebaut leute baut eure sachen immer an silvester ein jetzt gibt es action die wird richtig schick jetzt junge die drückt alter junge zu viel versprochen setzte brille ab ja